Aufschlagen mit diesen Schlägen hat mir sehr gut gefallen. Es war von Anfang an ein gutes Gefühl da, sowohl beim ersten als auch beim zweiten. Beim ersten und beim geraden Aufschlag habe ich eine irrsinnig gute Power erzahlen können. Und auch der Kick hat gepasst, also vom Spin her und auch von der Platzierung, da gibt es nichts auszusetzen. Ich weiß nicht an was das liegt, vielleicht an der Länge oder am Gewicht, aber aufschlagen mit diesen Schlägen macht irrsinnig viel Spaß, deswegen hier volle Punktezahl.